Definitiv. Also das war jetzt wirklich das blödste, was ich je gemacht habe. Ich jetzt bald... Oh. Nee, nee, nee. Warte mal. Erstmal hoch. Oh, jetzt kann sich Worscher heraustrauen. Ach ja. Ach ja, das ist interessant, wie soll ich das jetzt, ähm, oh mein Gott, ich knall wieder voll, es ging das Mikro. Okay, ich vermute mal, der will hier uns das so nicht geben, lass das, halt da, schießt einfach irgendwo hin. Gut, dann müssen wir wohl, Herr Rübel, doch noch unsere Flugfähigkeiten und Beweisstellen, die ich eigentlich nicht habe, aber naja. Na toll, wie soll ich das jemals schaffen? Nein! Jetzt sterbe ich sicher. Ei, 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 ich sag jetzt nichts. Ja, wie komm ich da jetzt wieder runter? Oh, so nicht, das war auch nicht, das war auch nicht, nee. So, yay. Nee, okay, ich versuch was wert. Ah, super. Super, Bär. Die Bestleistung, nein, alter, nein, ich wollte da doch gar nicht raus. Hey, ei, 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 so, jetzt muss ich wohl den Bären wieder retten hier, oder? Und die Geschenke wiederholen. Ah, hey, das ist ja alles, nee, das ist jetzt alles nicht klar, oder? Hey, ei, 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 ei. Ach, nee, Niveau, ist alles okay. Heißt, ich liefere mal zwei der Geschenke ab jetzt, oder? Gefolge, irgendwas passiert, was nicht passieren soll. Rein da, propf. Geschenke. Oh, hei, hei, geschenke. Capi, boi, 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 boi. Oh, blieb, 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 blieb. Da, blieb, 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 blieb. Ich hab da schon zwei. Ich muss dich jetzt doch wieder neu holen, oder? Hey, ja, gut, das kann eine Weile noch da, aber na ja. Okay, dann werden wir jetzt nochmal gepflegt hier den ganzen Spaß nochmal machen. Jetzt werde ich ja wirklich mal etwas diese Fliegelung, hätte ich gesagt. So, wo ist die nächste Flugplatte? Ich werde diese Schneemänner töten. Ich bin etwas ruhiger gerade, weil das ist für mich ja zu ein richtiger Blamad. Nein, muss ich die Tinkerbell-Twinky-Dinger da auch wieder? Ah, hey. Muss ich ja alles wiederholen. So, jetzt gucken wir mal. Ich werde zumindest nur einen dieser Schneemänner mal töten. Ja, ungefähr so. Ach ja. Okay, also ich werde sie doch töten, weil es kann sein, dass da tolle Sachen drin sind. In den Schneemännern, nämlich drinnen. So. Okay, ja, gut, das könnte dann etwas dauern, weil ihr merkt ja, dass ich hier voll eins verpeilt bin. Von vorne bis hinten, was das hier betrifft. Danke. Und, ja. Alter, nee. Also das war jetzt wohl ein Volltreffer. Ach ja. Leider ist sich auch nicht schlecht. So, was passiert denn? Oh. Ein Puzzletime. Das ist nur die Frage, wie ich hier wieder runterkomme. Ohne zu sterben. Das ist ja sowieso hier rüber. Na gut, das ging zum Glück. Das ist gut, das ist jetzt wirklich, jetzt habe ich zwei dieser blöden, nervigen Schneemänner getötet. Das ist gut. Weil die Schneemänner, also die Schneemänner sind ja wirklich eins der nervigsten Dinge in diesem Level. Also wirklich, ohne, nee, mit Abstand sogar eins der nervigsten Dinge in diesem Level. Definitiv. Genau, der lacht doch blöd. Ich bin ein Geschenk. Ah, da hinten ist ein Geschenk. Habe ich das letztes gar nicht gefunden? Und ich werde bald lebende Schneemänner töten, wenn das so weitergeht. Oh. Ich weiß nicht, hundertprozentig beabsichtigt, was ich gerade gemacht habe. Aber es ist ja noch mal gut ausgebaut. Ich muss Schneemänner töten. Ich muss Schneemänner töten. Ich bringe ihn Schneemänner töten. Ja doch. Nein. Hoch, die Tassen. Hier. Wieso komme ich da jetzt? Ich verstehe, dass ich die letzten Punkt da ohne Probleme hochgekommen bin. Jetzt auf einmal geht es nicht mehr. Ja, siehst du? Geht doch. Hat nix gesagt. Aber ich sage. Ist einfach. Schaff. Wunderbar. Das ist halt. Oh, eine leere Honigwabe. Diesmal natürlich. Wow, wie da voll ist gegen das Mikro geknallt. Alter, das werde ich jetzt hoffen. Weil das ist irgendwie etwas ungewohnt. Na ja. Auf jeden Fall. Die leere Honigwabe. Das ist gut, dass ich die gefunden habe. Aber dass ich hier manchmal draufkomme, manchmal nicht, ist etwas merkwürdig. Ich drücke doch die Tasten immer gleich fest. Wo ist das Viech? Ach so, das ist, ich weiß schon, wo. Das ist hinter dem Haus. Aber ich muss diesen Schneemann dort töten. Wenn ich das nicht mache, werde ich es bereuen. Ziemlich berühmt. Er versucht, mich abzuschießen mit Schneebällen. Doch ich werde ihn ebenfalls abschießen. Nämlich mit meinem... So. Ja, wie dachte ihr das? Ich will es bereuen haben. Machen wir gerade. So. Gut, dann hätten wir das auch. Dann holen wir uns das noch schnell. Das Twinkie, Twinkie, die wir jetzt da hinten. Das ist nämlich hier, hinter dem Haus. Hallo Twinkie. Du. Aber ich bin ja auch schon. Tschindu. Ja, das Gute ist, jetzt sind fast keine Schneemänner mehr da, aber die mich nerven können mit ihrem Scheiß. Was bedeutet... Ich kann mich jetzt wieder tolleren Sachen widmen, nämlich zum Beispiel über den Schal nach oben. Da ist das schon mal. Dich tötet ich auch. Dich tötet ich besonders brutal. Ja, zum Glück. Ich habe nur die Angst, wenn ich jetzt irgendwo reingehe, zum Beispiel in den Baum, dass die Schneemänner wieder da sind. Alter, Banjo musst du... Der kann echt nirgends rauf, der Banjo. Der rutscht überall gleich wieder runter. Das war jetzt epic fail. Hey, so. Ja, wo noch Wasser. Schneemann. Wo ist er? Da drüben. Ich spüre es. Mein weißes Nichtspiel. Wie. Ich riesch dich. Du kannst dich schon probieren, mich abzuschießen. Oh, zack. Haha. Und dann. Gut. Ah, so ist das. Also, ich dachte mir schon, irgendwas hat das sicherlich mit dem Schneemann auf sich. Jetzt müssen wir uns auch. Also, wenn ich alle tötere, dann bekomme ich einen Puzzle. Und das Gute ist jetzt auch, jetzt weiß ich alle dieser nervigen Schneemann. Das kann ich hier unten. Wo? Ist das? Nee, ist gar nichts. Okay, dann wieder hoch nach oben. Lauf, Kazooie. Schnell. So, da können wir jetzt ruhig auch die Federn einsammeln, weil meine Federn sind eh fast, naja, 25 habe ich noch. Ähm. Da sieht man fast nicht, die roten Federn. Ihr werdet das wahrscheinlich noch schlechter sehen, hier auf dem gecaptureden Bild. Weil das von der Qualität her, naja, Blödsinn von der Qualität her, ist das sicherlich nicht so schlecht, wie hier das abgescalte, auf 3 Meter Beamer Bildspiel hier, ne? Weil ich spiele ja hier auf dem E-Mail, weil ich, ich glaube, auf dem Fernseher spiele so viel cooler auf dem E-Mail, ne? Ja. Ähm. Alter! Auch nicht ich momentan? Nee, ich bin sogar ganz faul. Wie gibt's denn sowas? Ist ja ganz was seltenes. So. Gut, dann werden wir mal kurz hier hochgucken. Weil irgendwas war ja da trotzdem oben, dass ich mich erinnern kann. Okay, nicht besonders, aber irgendwas. Ja, das Geschenk zum Beispiel. Ciao. Und goldene Federn, die ich eigentlich nicht bringe. So, das zweite Geschenk dann auch. Achso. Und hoch hier. Ich muss ja ganz nach oben. Weil da ist ja ein Puzzleteil, hab ich gehört. Das heißt, ich habe ein Problem, dass ich habe, ich tue mir wieder weh, wenn ich hier nach unten springe. Wow. Das war jetzt, das war jetzt natürlich, also das war jetzt so eine typische, so eine typische D-Cloud 23-Aktion. So, hoch, 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 hoch. Einfach mal zu früh. Stammverdruck. Nein. Alter, nicht in den Klotz reingucken. Alter. Wie doof stellst du dich denn heute wieder an? Einen Hammer. Leit hier Honigstücke nicht runterfallen. Oh. Alter. Nein, 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 nein. Aja, ich muss echt etwas mehr aufpassen. Sonst sterbe ich hier. Trotzdem, dass ich alle Schnee mehr getötet habe. Aber Hauptsache, es macht Spaß. ich könnte Alter 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 das aufpassen soll ich bald keine roten Federn Stapferdacke ich hätte mir nicht gedacht dass ich die Stapferdacke töten kann und lernt nie aus alles an einzusammeln gut der nächste Streich ist dann hier drüben dass die zu holen ich weiß gar nicht wie die heißen das hat man ganz am Anfang gehört und haben sich sicher erzählt aber ist mir jetzt egal ich hole das jetzt auf jeden Fall ich bin ich vermute mal das wird es trotzdem die Honigwabe trotzdem ich bin ich bin der Honigwabenmörder ich bin der Toni Krabbe das muss ich nur aufpassen dass wir hier nicht wieder ein ganz großer Blut passiert wie zum Beispiel das hier ich sage jetzt nichts dazu ja Ach wie Süßbein schon wutscht hier und da auf dem Bop-Ski ein schönes Wort wir müssen jetzt hier auf jeden Fall noch mal in den Baum rein weil da sind Noten drin das wissen wir ja vielleicht noch von vorhin weil die Noten müssen wir ja leider alle neu holen holen nämlich auch ich schweife wieder ab im Mundart holen meinte ich natürlich und in dem Zuge können wir das Paket hier auch noch mal holen und die blöden Ameisen töten das haben wir nicht auch alle Geschenke bringe mich zu den Bären Kindern für den Kleinen ich bin das letzte Geschenk ja danke dass du mir das sagst das weiß ich auch aber danke dass du mir das alter Honigwappel komm her danke ihr liebes Geschenk dass du mir sagst dass du das letzte Geschenk bist krabbel 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 für sie ja Leicht Fiegel, die sind auch natürlich mit seinem Lippen aber muss schon sagen die wir werden auf jeden Fall anspruchsvoller Ich meine, was erwartet man sich? Ist man heutzutage von Spielen nicht mehr gewohnt? Da ist der Schwierkeitsgrad eigentlich das ganze Spiel durchgehend gleich. Hier merkt man schon, die Level werden richtig anspruchsvoll, je weiter man fortgeschritten ist. Weil jetzt ist es wirklich schon durchaus recht knackig, muss man sagen. Also für mein Gefühl zumindest, muss ich schon sagen. Ja doch, muss ich sagen, ne? Muss ich jetzt so sagen. Ja, dich mag ich nicht. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Wir haben hier, haben wir hier schon die ganzen Noten geholt. Ja, das haben wir. Ich muss ja aufpassen, dass wir nicht irgendwann die roten Federn rausgehen. Das sind noch Noten. Ein böser Bär. Ja, das Viecher hat Angst vor den bösen Bären. Das bin natürlich. Oh, jetzt kann ich wieder raus. Das hatten wir vorhin auch schon, danke. Und die rote Federn, super. Ähm. Ja.